Okay, weiter geht's zur nächsten Würde ich sagen, müssen wir hier hoch, oder? Ich will nicht pullen Ich hab gepullt Okay Ihr wollt Oh, da drüben sehe ich eine Free-Loot-Gruppe Wenn man Glück hat Nein, keine Free-Loot-Gruppe Okay Dann gehen wir hier hoch Weil erst der Bonus, dann die Quest Hi Das war 15 Wow Das geht ja verdammt schnell hier gerade Schon geil Und fire Das war easy So, mach ich jetzt mal die Tür auf Ich lasse mir das Ding aus hier Hi Okay Äh, ne, die Codes sind in die Richtung Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hier hinrenne, weil Ich keine Ahnung hab, ganz einfach Schachmatt Ah, das waren die Tausend Sehr schön Mit Ilarra hab ich alles fertig Während des Levelns Das heißt, ich werde jetzt Da ich die Tausend mit Ilarra habe Ich bin hier Tano, antreten Ich ziehe mich zurück Sehr gut Äh Ne, doch nicht, geht weiter hier Oh Ah, bräunig So, und hier drüben kann man den Bonus machen Wenn denn dann alle da sind, ne? Dann klicke ich mal Oh Gott Ein Lustruide Tano, wie ich Attacke Das ist schön an einem Tank Man steht einfach hin und ballert drauf Der Tank kriegt auf die Fresse Naja, der Tank besser als M1-Fix Brums Okay Äh, Tano mitnehmen Sofort So, jetzt müssen wir eine Sicherheitsstation ausschalten Wo finden wir die denn? Sicherheitsstation, Sicherheitsstation, Sicherheitsstation Sicherheitsstation, Sicherheitsstation Okay, auf den Mond Bessere Idee Eine verdammte Sicherheitsstation fehlt Ah, da ist sie Gut, gut Dann wäre diese Quest abgehakt Fertig Okay Okay, wo müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir hier in die Ecke Okay Müssen hier rein Mit irgendeinem Agenten treffen Ah, okay Hi Hi, hi 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 dann wäre das auch erledigt in laboruntersuchung ok das ist auch direkt hier sehr schön verdammt ich glaube ich weiß was das ist was auch die letzte quest von der klassen quest immer machen muss imperialer hausmaß leute explosionen sind cool zum bonus drin Nicht mal ein Bonus. Was zur Hölle. Was müssen wir hier hinten eigentlich machen? Achso. Da war ja was. Wie der Kerl einfach mal alles aushält, dieser Tano. Schon hart. Nein, kein Scan. Kein medizinischen Scan. Einfach aufs Maul. Fress dich hinhalten. Gut. Kurz hochrecken. Und weiter geht's. Riffs? Ich finde den Dock. Ja. Der wurde doch von irgendwelchen Imperialen festgehalten. Ach, das war eine Jürgen. Okay. Dann ist alles in Ordnung. Ja. Der wurde von Imperialen festgehalten. Oh, hier bombt der jetzt gerade rein. Der Kerl ist voll easy umzuhauen. Fahrt zu zweit. Ich hau mit Level, äh, so alleine geschafft so. Mit dem Level. Ich habe schon stärkere alleine geschafft. Einmal nachwaffen. Braucht keiner. Tano ist auch erst auf 50%. Also das passt. Wenn ich für das in... Die... Prialer Hinterhalt. Bis. Jetzt nur noch die Klassenquests. Wee. That was easy. Hopp. Hi, Jungs. So, das wäre auch erledigt. Jetzt nur noch die Klassenquests. Dann haben wir das auch. Dann ist Crash erledigt. Schätze ich. Kando-Bunker. Ach, Gift-Sorna. Ah, okay. Oh. Ich glaube das war... Ne, das war ein Guck. Okay. Boah, wie sich diese Knarre anhört. Richtig geil. Äh, wir können theoretisch... Ne, wir müssen... Ach, scheiß drauf. Datacom hole ich mir mit einem anderen Schar vielleicht. Oder wenn ich hier fertig bin. Mal schauen. Ach, Atis. Äh. Atis-Stationsgelände. Oh, cool. Und abgemontet. Und ich sehe nichts. Und Feuer. Du bist erledigt, Kumpel. Du bist erledigt, Kumpel. Das ist doch eine Ticklinge, ne? Aber brauchst du nicht. Du bist... Bist du immer noch nicht fertig? Erwischt. Erzhaft? Wow, der wird nicht abgemontet. Okay. Das heißt, wir gehen ab und machen die Klassenquests dann alleine. Kein Ding. Ähm. Das heißt, wir gehen erstmal hier zu dem Kerl. Gehen dann da hin. Irgendwie fünf Quests abgeben. Die Sache hat sich. Ja, ihr hier mit eurem Feuerhabe. Interessiert mich relativ wenig. Achso, das warst du. Okay. Auch kein Ding. Hi. Du bist erledigt, Kumpel. So. Die Sachen haben wir. Und wieder aufmauten. Und ins Balslager rennen. Die Sachen haben wir. Ups. Lobel ist gepult. Doch, doch. Habe ich. So, kriegen wir hier auch nochmal. 30.000 DP ungefähr. Wenn man die beiden zusammen abgibt. Warum nicht. 23.000. 7.000 Credits. Nicht schlecht. Und nochmal 13.000. Sehr schön. Das Ding weg. Und wir. Oh, geht's jetzt. Für Level 38. So. Und dann schauen wir mal. Wenn er jetzt auf muss, dann mache ich erst Kiefschutz und dann mache ich das andere. Und man sieht, Quash ist einmal. So. So.